Ich habe gerade nicht so auf die Zeit geachtet in der letzten Folge, aber jetzt ist es mir aufgefallen. Ach, noch ein MG. Oh Gott, was der hier alles hat. Ich muss nur schießen. Noch einer ist übrig. Viel Spaß beim Suchen. Ach, noch. Ja, ja, in Bewegung. Ein Nordrhein-Westfalen hat nicht so beschissen genug wäre. Verlasse Versteck und gehe zum Angriff. Jetzt. Zielposition gesichert. Ja, ich gehe. In Bewegung. Eine Stelle, wo die Panzerwärter dich nicht so sieht. Da kann sie die zwei hier noch erschießen. Feindliche Einheit ausgeschaltet. Die drei. Die Crowd-Inventerie schießt auf uns. Nein, das ist der Wasser nicht so beschissen genug wäre. In der Verlust. Feindliche Gruppe ausgeschaltet. Bestätige. Oh, wow. Das war ein direkter Treffer. Geh mal bis hier hin. Scharfschütze wechselt Stellung. Oh. Hier, Scharfschütze! War das eine Miene? Feindliche Gruppe ausgeschaltet. Feindliche Gruppe ausgeschaltet. Feindliche Gruppe ausgeschaltet. Feindliche Gruppe ausgeschaltet. Hier, Scharfschütze! Stehe unter Beschuss! Hm. Zum Glück nur normale Infanterieeinheit. Flak, eine Panzerabwehrkanone. Na gut, das reicht jetzt erstmal mit der Artillerie. Feindliche Einheit ausgeschaltet. Weisen Sie uns ein Ziel zu. Nebelwand steht jetzt zur Verfügung. Ich seh doch schon, dass hier ne stärkere Verteidigung ist. Scharfschütze bereit für den Rats. Scharfschütze wechselt Position. Brecher Angriff ab und verlagere die Stellung. Bin kalt wie Eis. Bin kalt wie Eis. Schauen, was sich hier oben versteckt. Brecher Angriff ab. In Bewegung. Hier muss ja irgendwas sein. Mindestens hier in dem Gebäude. Ja, war klar. Ne MG. Hm. Das ist zu nah. Brecher Angriff ab. Da musst du doch lieber über die Treppe gehen. Hier an die Kisten. Scharfschütze wechselt Position. Von da aus kannst du die beschießen. Ich hoff's jedenfalls. Okay. Feuer einstellen. Hier, Scharfschütze. Ich stecke in Schwierigkeiten. So ein Mist. Einfach reinrennen und der Scharfschütze knallt. Bin kalt wie Eis. Bin kalt wie Eis. Während das MG abgelenkt ist, knallt er die ab. Die Verdammten haben den Dach. Die Crowd schießen auf uns. Achtung, Feindbeschuss. Scheid auf die Beförderung. Begebe mich in Position. Machen Sie's kurz. Haftladungen. Auf die Räder. Schützengruppe, Information. Jawohl, Sir. Feindlicher Einheit ausgeglichen. Schau. Schau. Wir sind festgenagelt. Los. Roger. Schützengruppe. Schützengruppe. Los. Haftladungen. Was wollen Sie? Wir haben Sie vernichtet. Wir haben Sie vernichtet. Das ist ein schöner Einheit. Seid vorsichtig, Jung. Denk daran, Ihr Charter. Über diesen Check, Dior Jungs. Feuer einstellen. Wir suchen es von hinten. Ranger stecken in Schwierigkeiten. Alle durcheinander, ich habe gar nichts verstanden. Auf die Artillerie gehe ich jetzt einmal nicht, sondern auf Verstärkung. Also das hier reicht mir jetzt schon. Die Männer sind in Formation, Sir. Jawohl. Männer, igeln wir uns da drinnen ein. Befehle! Kleines... eine kleine Baracke wieder erstellen, damit ich die Verluste wieder ausgleichen kann. Bereit. Bisschen wir mal hier? Ah. Alles klar, wir haben den Bauauftrag ausgeführt. Ranger, hier sind eure neuen Waffen. Bereit zum Angriff. Sie haben schon bald wieder die volle Stärke erreicht. Kaum ist die Verstärkung da, ist sie auch schon tot. Bereit meine Arbeit zu machen. Wechsel der Position. Noch ein Stück Vorrücken. Theoretisch könnte ich mir einfach bloß Scharfschützen erstellen und mit denen durch die Stadt gehen. Wobei natürlich die Panzer jetzt gerade ein Problem gewesen sind. Von hier aus kann ich angreifen. Aber ich soll jetzt erstmal hier das Hauptquartier umzingeln. Der wird mich nicht mal bemerken. Feindliche Einheit ausgeschaltet. Der wird mich nicht mal bemerken. So umgenietet, dass der Helm abgeflogen ist. Hehehe. Okay. Dann gehe ich jetzt weiter. Ich gehe. Hier komme ich zum Beispiel nicht mit einem Panzer durch. Brecher Angriff ab. In Bewegung. Dann schätze ich mal, dass hier auch irgendwo eine Panzerabwehrkanone ist. Mit Infanterie komme ich auch nicht lang. Drei-Mann-Trupp. Oh, hier ist ja doch noch mehr. Aber keine besetzten Gebäude bisher. Das ist auch ganz gut eigentlich. 34 Gegner habe ich schon mit dem Scharfschützen erledigt. Oh Gott, ein MG. Sie versuchen mich nach draußen zu treiben. Ihr Scharfschütze, stehe unter Beschuss. Bist du getarnt? Ja. Feindliche Einheit ausgeschaltet. Notfall schieße ich aus der Hüfte. Ja, du salvest. Okay. Okay, hier ist nur das MG. Ansonsten scheint hier nichts zu sein. Ja, Sir. Ihr könnt jetzt hier oben Haltet die Köpfe unten, wir rücken ab. Die Einheiten erledigen. Achso, das ist die taktische Karte. Ihr erledigt jetzt den Rest und du knallst den MG-Schützen ab. Der wird mich nicht mal bemerken. Ein bisschen nah. Doch einer ist übrig. Shit. Dass der dieses Mal mal nicht trifft. Wie in den guten alten Lassen. Aber ich habe ja noch einen. Zuhören, Ranger. Die haben eine MG auf uns ausgerichtet. Wir werden angegriffen. Gruppe steht unter Beschuss. Feindliche Einheit ausgeschaltet. Dem Laufschritt. Wir haben sie, Ranger. Haltet weiter drauf, Jung. Nicht aufgeben. Befehle. Na? Hört mir zu. Ich bin doch die zwei. Ranger, hört mir zu. Ranger bereit. Ich muss ja noch den Trupp befördern. Das ist noch eine Baracke. Feindliche Einheit ausgeschaltet. Positionen. Schießt Jungs. Das Treibstofflager gehört uns. Kontakt. Crowd-Infanterie. So lange wie es kein Schaufschütze ist. Wir haben sie. Feindliche Einheit ausgeschaltet. Was auflösiert für den Panzerhaus. Wie nah ran wollt ihr denn noch? Panzer. Verdammt. Was sieht gut aus? Ja, was sagt ihr euch nicht aufs Korn? Wir werden beschossen. Macht euch bereit. Bewege. Ranger, ranger. Sie greifen uns an. Los, los, los. Ja, linke Flanke in Bewegung. Ranger bereit. Es ist unterkommen. Nur in MG. Aber das steht in die andere Richtung. Das andere auch. Dann wollen wir mal. Angriff. Die Verwässerungen an unserem Hauptquartier wurden abgeschlossen. Stellung verlassen. Feindliche Einheit ausgeschaltet. Wir haben sie alle ausgeschaltet. Wir haben schon bald wieder die volle Stärke erreicht. Wir werden angegriffen. Attacke. Verstärkung ist auf dem Weg. Mehr Männer für die Airborne Ranger. Roger. Schützengruppe. Bewegung. Infanterie. MGs von hinten angreifen. Genau das Richtige. Was haben wir hier? Oh, Panzerabwehr-Einheit. Wir werden hier Kotzbrocken mir nach. Sagen Sie uns einfach nur, was wir machen sollen. Gruppe steht unter Beschuss. Drauf halten. Ach, so liebe ich das. Köpfe runter. Ich wurde gebrochen. Panzer schießt. Zwei Panzer. Jetzt haut er ab. Mist. Ihre Panzer schießen auf uns. Schalte den Panzer aus. Auf uns rollt ein verdammter Panzer zu. Dritte geht daneben. Die hätte den getötet. Feindliche Einheit ausgeschaltet. Feind ausgeschaltet. Wir nach, Ranger. Geschafft. Schalte den Panzer aus. Ja, wir schützen. Los, los, los. Wir haben Feuer. Sie sind alle tot. Die Kronze sind alle anlaufen. Die Kronze sind alle anlaufen. Die Kronze sind alle anlaufen. Los, nicht die Daffen. Seid vorsichtig. Seid nach, ob sie auch wirklich alle erledigt sind. Ich glaube, in den Kronze gehen die Kronze aus. Feindliche Einheit ausgeschaltet. So einfach. Befehle, wir igeln uns hier ein, Jungs. Das Regiment hat schwere Infanterie-Verstärkung für uns. Ach ja. Vergesse ich immer wieder, dass ich ja dafür erst mal das Territorium einnehmen muss. Aber es läuft ja gut. Das war's. Die Verbesserungen an unserem Hauptquartier wurden abgeschlossen. Bereit zum Anruf. Das war's. Geben Sie uns nur ein Abruf. Die haben schon bald wieder die volle Stärke erreicht. Würde ich die jetzt rufen, würden die ja von hier hinten kommen. Die würden also genau durch das Gebiet gehen, was noch vom Feind besetzt ist. Hier, Ranger. Bewegung, Männer. Denkt an die Abstände. Kommen die hier durch? MG. Schon wieder. Die haben eine MG auf uns ausgerichtet. Wir werden dann geschossen. Feindliche Einheit ausgeschaltet. Noch ein MG. Baracke, Fahrzeug, Panzer. Alter, drei MG's. Jagd diese Bastarde zur Hölle. Der Feind hat unsere Nachschubwege durchbrochen. Schon gemerkt. Sie kraut nähern sich unserer Position. Achtung, Feindbeschuss. Der Gegner verliert auch eine Menge Einheiten. Sie greifen eine unserer vorgelagerten Stellungen an und wollen sie erobern. Feindliche Einheit ausgeschaltet. Sehr gut, Jungs. Granate in Deckung. Der Feind hat unsere Nachschubwege durchbrochen. Verdammt, schießt endlich Feuer. Bereit. Eine der gesicherten Sektoren wird angegriffen. Ist er mal hier? Oh. Die feindliche Einheit ausgeschaltet. Die Krauts haben wir es gezeigt. Okay. Bringt sie zurück. Mit jedem Meter zieht sich die Schlange um ihren Hals mehr zu. G.I. Kommt noch was für meine Einheiten übrig. Wir werden von Panzerwanderung. Alles klar. Schützengruppe Einsatz bereit, Sir. Jawohl, Sir. Kein' doch die Beförderung. Ich bin einfach nur der Harte. Linke Flanke in Bewegung. Zuhören, Ranger. Roger. Schützengruppe. Jawohl, Sir. Jungs, passt auf, wo sie hier ist. Feindliche Einheit ausgeschaltet. Nicht aufgeben. Von denen kommt keiner hier lebend weg. Ich muss mein Gebäude wieder besetzen. Mir nach. Besetzt die Stellung. Der kann da stehen bleiben. So. Kann ich meine Einheiten wieder verstärken? Was haben wir hier? Eine Panzerabwehrkanone. Aber nicht mal lange. Die Verbesserungen an unserem Hauptquartier wurden abgeschlossen. Feindliche Einheit ausgeschaltet. Wir wollen nur wissen, wo die Deutschen sind. Verstärkung ist auf dem Weg. In Ordnung, Männer. Es geht los. Sie haben schon bald wieder die volle Stärke erreicht. Bleibt in meiner Nähe. Verstärkung ist auf dem Weg. So, ein Ostwind ist wirklich... ...die Verstärkung. Da ist sie auch schon tot. ...sehr stark gegen Infanterie. Die haben schon bald wieder die volle Stärke erreicht. Nun gut. Alles wieder voll.